Der Kampf in der Gewinnsklasse bis 75 Kilogramm, nämlich ist römisch. Er wird präsentiert von der Metzgerei Geibels aus Heilbronn. Und es stehen sich gegenüber der zweifache deutsche Juniorenmeister. Er hat in dieser Saison bei 5 Einsätzen 4 Siege geholt. Für den ASV Mainz Ruhula Gürda. Und für die Red Devils unser dreifacher Weltmeister. 5 Einsätze, 5 Siege, 15 Mannschaftspunkte. Franky Stapler! 5 Siege, 15 Mannschaftspunkte. 101! 102! 10ver! 10ft! 117. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's. 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 Das war's.